Ach wie schön wäre doch ein Jackpot-Gewinn im Lotto. Erwin Aschenberg aus Nordenham hat ihn anscheinend schon mal gewonnen. Mehrere Milliarden besitzt der Rentner, aber der Schein trügt. Er sammelt leidenschaftlich Notgeldscheine und Münzen aus der Zeit der rasenden Inflation in Deutschland. Es war in den 60er Jahren, dort bekam ich einen Notgeldschein der Stadt Nordenham zu sehen und der hat mich so fasziniert, dass ich mich erkundigt habe, wie kam es zu diesem Notgeldschein, gibt es noch mehr von diesen Notgeldscheinen und meine erste Erfahrung war die, dass von Nordenham fünf offizielle Notgeldscheine gedruckt wurden. Für 30 Milliarden hätte man heutzutage etliche Koffer benötigt. Damals wurde nur ein einzelner Schein gedruckt. In der Zeit von 1914 bis circa 1925 gaben die Kommunen und Unternehmen Notgeld heraus, weil die gesetzlichen Zahlungsmittel nicht ausreichend zur Verfügung standen. Faszinierend findet Aschenberg auch die damaligen Münzen aus unserer Region. Ein Fünf-Fennig-Stück, ein Zehn-Fennig-Stück und ein Fünfzig-Fennig-Stück mit dem Steppfahrten auf der Rückseite. Außerdem gab es ein Fünfzig-Fennig-Stück aus Blexen mit Krananlagen. Sehr schöne Stücke aus Eisen damals, denn Metall war knapp. Es war ja der erste Weltkrieg. So einiges hat Erwin Aschenberg in den vergangenen Jahren zusammentragen können. Vom Pfennig bis zum 100-Milliarden-Mark-Schein. Früher haben Freunde und Verwandte dem Marktmilliardär immer mal wieder die eine oder andere Million zugesteckt. Heute kommt man nicht mehr so einfach an die alte Knete. Aber es gibt ein-, zweimal im Jahr Ausstellungen und Tauschbörsen, große Tauschbörsen in Hamburg und Hannover. Dort hat man dann die Möglichkeit zu vergleichen, zu sichten und kann auch dann fündig werden. Auch wenn niemand mehr die Reichsmark in Euro umtauschen wird, ausmalen kann man sich den Tausch eines 30-Milliarden-Mark-Scheins ja mal. Zunächst denkt man natürlich an ein schönes Auto. Da könnte man wirklich mal wechseln. Das wäre ein Gedanke. Ansonsten, ja, die Vorstellungen, die Wünsche sind an sich sehr bescheiden. Aber was ich mir vorstellen könnte, wäre eine Weltreise. Sehr bescheiden. Schließlich könnte sich Herr Aschenberg dann für die Reise sein eigenes Kreuzfahrtschiff bauen lassen. Aber der Sammler scheint auch ohne Reichtum mit seinen Fundstücken aus der Vergangenheit sehr glücklich zu sein. Untertitelung des ZDF, 2020